ja willkommen mein name ist die rolle und ich muss euch zurück zuletzt bei tels of xylia 2 in der letzten folge aber elise getroffen das habe ich geließe gesagt schon wieder wie im ersten teil war ich war natürlich ist und ja wir sind wieder in der matrix hier verloren und ja keine ahnung wir suchen immer noch nach balen also sind kurz vorm level ab ich sollte mal kurz die alien kugeln hier nachgucken sieht auch gut aus ok wir können weitergehen ich bin mir nicht sicher wo ich genau gerade bin aber es wird schon irgendwie falsch sein auf zu mir nicht nach wahrscheinlich sind wir doch jetzt genau da drüber aber wir konnten nicht bis dahin hinfahren wir ausgewählt hätten gewisse mit diesen leeren räumen von ist es okay jetzt was gut hübsches band ein super süßes band ist einer profis lieben ist gut wenn auch wir haben es jetzt nur einen weiblichen charakter bei uns wenn man mal nicht mehr zählt komisch so nah kommen wir ja wir alle von der lab ich brauche unbedingt ein level ab gibt mir ein level ab ich liebe diese kombination es wird kann und dann drauf springen schwarzer pinsel ein krieg saß bei dem du mit einem stab finstere linien ziehst steht tipp auf aus bitte letzte schlag zu einem dunklen hieb die ganzen dinger welche alle irgendwann mal so testen wir die ganz neuen angriffe ich damit klarkomme ja dann haben noch keine lab quer im ersten teil weil sie auf jeden fall wie man trainings einheiten hier sinnvoll gestaltet sie werden auf jeden fall interessanter in dem teil als zum beispiel im ersten so wunderbar sehr schön alarm zeugs lernt verbindungs künstler anfänger geschicklichkeit nehmen das mal du kannst nichts vitalität mein gott sie sind richtig schwieriger zu bekommen mir schausslose kraft ja das können wir noch nehmen sagen wir haben was anderes stärker zum beispiel ja stärke das klingt jetzt gerade sehr schön und langer schritt auch noch viel höhere angriffe kraft erbruch die hatte erkennt ich noch ganz am wechseln ob das klug ist ich weiß nicht ich tue einfach immer so aus dass wir am schnellsten neue arzt bekommen jetzt ein speichern das ist kein gut zeichen aber dann sind wir genau an der spitze bald wenn ich bin ich irre ach ja genau da haben wir doch im ersten teil gegen eine bestimmte person gekämpft und jetzt endlich speichern und gott sei lang es war schon so level 10 wahrscheinlich werde ich wieder übermütig weil wir im nächsten kampf wahrscheinlich voll aufs maul bekommen gott was sich aber verändert hat dass du noch anders aus wie eine katze irgendwie sagt sehr schön es sah anders aus jetzt schon mal mit schweißer pinsel das war was irgendwie so was ich habe ich habe ich kann ich aufhören anzugreifen jetzt gehen wir gegner wenigstens kaputt ja durchgang ja gäbe erstmal noch da hoch und erlaubt da hinten wo speichern war da war richtig schnell was sogar lager hier habe ich halben vorteil muss jetzt nicht irgendjemand verstehen also ich dachte er konnte von der band unter das ist eigentlich egal warum auch nicht wie konnte ich den land schieben oder so jetzt so stelle ich nicht noch mal so blöd an so hat haben wir gewonnen eine truhe mit 2500 galt ok warum kann ich davon krieg ich so viel reingeschoben im hinteren sieht eigentlich hier so bezahlungsmäßig aus 6000 ja gemerkt ich habe noch ganz viele aufträge offen soll ich mal irgendwann abgehen dann kriege ich auch verdammt viel geld aber nein wo muss man jetzt noch mal hin überhaupt ich habe hier nicht schon richtig verdammt sagt dann war genau gleich wie aus dem ersten teil gleich stimmlager und war dann habt ihr alle so viele tippe probleme so heilig man hat er hat es jetzt vorgebracht er will ich kann aufladen modell hat man nicht wenn du kein glück hält nachdem elven eine art gewählt hat gibt er sich in den zustand aufklagen wenn er sich im zustand aufklagen befindet verschwindet elven schwert mit seiner pistole und die wirkung seiner art verstärkt sich okay ich habe glaube ich er will noch nicht gesteuert so speichern mal noch mal und hoffen war das jetzt der boss ich bin mir ziemlich sicher der zum boss kommt der jetzt kommt und es nicht fertig macht du schon wieder nicht auf die katze aus der musik wieder 49 jetzt nicht auf die katze da habe ich da habe ich schon wieder bis zu ihm besser als ich hingekommen habe gott ja wirklich gut wahrscheinlich sind die auf mein gott ließ du baust tp aber wir haben ganz viele sich er wird hilf mir war du kommst jetzt mal mit mir bei jetzt hat alles warum macht ihr schon wieder keine tp ich brauche viel mehr tippe anscheinend und er will ist tot sehr schön mit sehr schön meine scheiße könntest du mal verrecken wenn die wiederkommen die viecher also warum hat endlich schon wieder keine tp jetzt bin ich tot abend darf doch nicht wahr sein mein gott was super dass wir verarschen ja so mal nochmal jetzt hat gefühl wer wer nicht gewinnen aber jetzt zeigt auf volt ich glaube ich wollte ich war natürlich vor die abwehr warum nicht tot ich bin in den reingegangen warum bekommen wir so viel schaden das ist doch nicht frei das schaffen wir noch nie im leben das sind doch jetzt welches level ist ja 9 bis ich verarschen war macht er uns dann so fällig nein ich gehe in reich und stirbt einfach ach man er weckt mich aber ein bisschen zu viel schaden das heißt ich muss ein bisschen trainieren na warte ich komme ja noch mal zurück kann ich überhaupt nicht kann ja nicht dann kommt man ja ich muss trainieren ich habe noch ein bisschen zeit jetzt weil wir haben schon wieder gewechselt aua ja schön sag ja dann trainiere ich wenigstens ein bisschen und neue techniken gut immer vielleicht früher gebrauchen können alle im kugel sonst führer du brauchst das glaube ich nicht schnell schreiben tanz kieselstein 400 jedoch ja da unten immer ein bisschen wesentlich macht das kannst du sehen wir bock das trainieren macht bock wer das gedacht kann ich auch irgendwie raus ich habe ja nicht so was für sehr schön da kommt jetzt wenig erfahrungspunkte typos erlernt das ist gut nochmal verärzten start zu pecke ja das ist gut naja wenn ich den aufzug einfach benutzen jetzt ich bin heute schon ganz oben funktion ist direkt wie er da kann ich nicht einfach von oben hier aktivieren und da die trend sind der konzept weh bitte warum bist du in so einem genießer ja wenn ich gerade auf umfallen bin ne ich tue grad nicht ja das wird jetzt natürlich ein sehr interessanter fahrt ich einfach nur gegner ihr schnitzel ich möchte sowas ungern auf screen machen freilich level system irgendwie so komisch ist die verzweiflung von ludkei mal in sein gesicht zu sehen richtig schön so von mir kam war nicht deswegen der police hat sich auch schon richtig eingelebt in die truppe finde ich gut aber wir haben beinahe alle tp wieder bekommen wie geht denn das weiß 75 prozent aber trotzdem fixa und er wird einmal und hat dem panzer weg abwärme ein das ist nicht schlecht mit die intelligenz weg mein gott ich will euch von hinten angreifen genau die kämpfe nicht so lange mit einer kombo mehr oder wenig gut ich will einfach diesen kombo ich will einfach diesen kombo ich will einfach diesen kombo jetzt kommen wir näher und näher und näher das bringt meist ist dort jetzt jetzt okay naja exzellent diese kombination eigentlich habe ich ja noch mehr hatten den angriff zum beispiel klarkommen wir sind ja moment offscreen spiele kämpfe schon wie ein weltmeister mir stelle ich mich noch voll blöd an finde ich schaffe die mozahn höhere angus kraft ich war ja nicht anders bei mehr so abwehr damit ich auch ein paar schläge aushalte die menschen bräuchte mehr level macht irgendwie sind da kann ich nach dubal zurück bei dingen sind in der nähe von dubal oder wenn ich meine quest aufträge mal abgeben wird vielleicht auch was bringen okay das gleiche der volk wo ich gerade wahrscheinlich mit ihm an ja immer noch zehn minuten haupt kombiniert ja elise sitzen bei dir aus verborgenes ziel verspotten das können wir schon kriegen soweit die hof laden helfen kreis bringt hat ringer tv eisgeschoss tico geben die lenz hat mir noch mal nicht schlecht wenn hat sie jetzt gewechselt weiß ich gar nicht naja ich weiß da könnte man vielleicht irgendwie so darauf achten rechts auf den kreis aber irgendwie achte ich nur auf die fähigkeiten da komme ich nicht klar aber ich muss in der nächsten folge nicht noch mal trainieren die kämpfe der luft ok ja der weile luft also tp ok jetzt gleich wieder in der blubb sehr schön was soll ich da auch was bringen wird aber egal was war vielleicht wieder tausend ok ja das war möglich so da ist ein shop ganz relativ wenig bringt aber egal ja hier kommt trinke des lebens baum war wenn ich mal gucken ob wir einfach durch die gegend laufen können aber ich glaube nicht ich glaube nicht dass wir den besiegen können wenn wir fertig sind jetzt trainieren ich glaube wir wollen ungefähr so fünf level war so um den besiegen zu können aus der level ups bringen wir hier was richtig so hp und so mäßig mal so unter strategie wie gesagt mit katzenkrieg aus wann ist der hin zurückgekommen das hoffe ich auch für dich einfach der strategie mein gott status die angriff die verteidigung okay server grant spinne die einfach diese kombination passt einfach so gut und wir haben ganz weg wieder hoch rennen wenn wir hier fertig sind wahrscheinlich bin ich jetzt hier in dem gebiet wo ich ja später hin sollte man konnte ja auswählen wo man als erstes hin will ich habe natürlich wahrscheinlich so ein glück gehabt wenn er ist in dem falschen gebiet gegangen aber glaube ich nicht nur solida schutz hat können zu brauchen look ne elven herr ich dachte das level aufstieg ich habe jetzt schon zwei level höher als volt also müssen wir ihn auch kaputt kriegen ich glaube ich bitte danke sagt ich meine ich da habe ich abgewählt und dann ich weiß nicht wie weit wollte haben besiegen sollen wer ist doch nicht zu passen und die intelligenz gut er ist auf jeden fall sehr gut da haben wir nun haben wir noch hey ob das jetzt tausend ich würde ungern einfach so den schwierigkeitsgrad unterstellen das würde ich ein bisschen blöd finden das ist doch blöd ich habe mich einfach so auch aus dem hier langer schritt also auf screen trainieren ist auch blöd dann verpasst man ja irgendwie den ganzen fähigkeiten und zwar ist ja weil dann bin ich nur noch schon so kraft solider schutz hat einfach mein gott ok geht schon wenn ich hier war ich noch nicht ne o elementar erst stimmt o f stück tut eine fähigkeit erlernt eine fertigkeit und schüler verspotten wirst du braucht doch kein schwein verspotten wo ist der level heilung manchmal können wir einfach so raus ich glaube ja nicht aber man kann ja mal versuchen naja das ist auch noch irgendwas wo man nicht waren o elementar jetzt 20 eine fertigkeit erlernt jawohl sicher solchen damit obwohl er setzt zauber ein also hier damit ist nichts da brauche ich dich jetzt kaputt einfach so nächstes mal irgendwie so ein gebiet wo wir uns heilen können wir haben die ganze tp probleme fällt mir auf ja schön ich möchte mich zum gasthaus haben ganz ehrlich fern fertigkeitsvertragung fertigkeit die mit einem anschlag markiert sind können ihre fähigkeiten den effekt verbindungspartner figur teilen sie heißen verbundene fertigkeiten wenn du ihnen bei der auswahl der fertigkeit einer figur in den vorzug gibt können den figuren im verbundenen zustand von einer vierte mächtiger effekte profitieren da ist wenn man einen charakter mit ausrüstet und man verbindet sich mit jemanden dann bekommt der verbundene partner auch die ganzen fähigkeiten ist einfach auszudrücken und nicht unnötig kompliziert dann gehe ich jetzt noch mal da ganz am anfang hin noch weiß ich nicht mal gucken wenn ich darum herum kommen aus green paar sachen freizuschalten weil ich möchte ehrlich gesagt alles zeigen ich kann dort theoretisch schnell die dinge entfernen lernen ich auf screen nix ja auch nicht schlecht hm ja eigentlich perfekt aber gucken jetzt erst mal den typen ja verprügeln wenn wir völlig quer kommen da wollen wir auch beim nächsten paar gold kaputt kriegen vielleicht mache ich das auch irgendwie so auf screen ohne neue sachen zu lernen weil ich möchte neue sachen ja on screen lernen weil ich möchte die zum ersten mal mit euch sehen beim aufnehmen doch sind irgendwie oder wir sagen was es immer strategie im stadt gemüse kannst du die figuren deren steuerung auf automatisch kampf anweisungen geben wenn du beispielsweise probieren beim besiegen als mächtigen gegner hast habe ich gerade könnte es helfen eine strategie zu überdenken das ändern von heil statt gegen kann sich als besonders effektiv erweisen gkp gewinnen das braucht sie eigentlich nicht so so dann gucken wir mal wir können ja nicht raus oder warum machen wenn ich irgendwo meine hp ich bin im eimer ich kann nur sachen ja ich kann nur heil items kaufen ja dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play details of xylia 2 ich bedanke mich alle herzlich zu schauen und sage tschüss tschüss